Letzten Donnerstag war der AfD-Politiker Steffen Contré im Fernsehen bei Markus Lanz und hat sich selber und seine Partei komplett blamiert. Allerdings ist im Nachhinein herausgekommen, dass sein Gegenspieler, der angebliche Klimaexperte Latif, ein Lügner ist und dass die TV-Show komplett inszeniert war, um den AfD-Politiker vorzuführen. Alle Details in diesem Video, los geht's! Steffen Contré ist der energiepolitische Sprecher der AfD und der wurde letzten Donnerstag von Markus Lanz in seine TV-Sendung eingeladen. Man sagte Contré vorher, dass man über Energiefragen sprechen würde und als weiterer Gast sei ein Energiefachmann eingeladen, der dann die Gegenseite vertritt. Also, das passt doch wie die Faust aufs Auge, ein Gespräch über Energie und die AfD darf ihren Energiemann sprechen. Aber, meine lieben Zuschauer, es kam in der Sendung zu einem riesengroßen Eklat, respektive kurz danach. Weil, wie es nämlich der Zufall so will, einen Tag vor der Aufzeichnung dieser TV-Sendung teilte man Contré nämlich mit, dass der Energiefachmann doch nicht kommen kann und stattdessen der berühmte Klimaforscher Professor Multiplativ kommt. Was für ein Zufall! Und sicherlich hat das Thema Energie ein kleines bisschen mit Klima zu tun, aber das rechtfertigt nicht die Einladung eines Klimaforschers zu einer Diskussion über Energie. Tja, und dann kam es natürlich in der Show, wie es kommen musste. Die Sendung ging rund 75 Minuten und 60 Prozent der Sendung wurde eben nicht über Energie gesprochen, sondern ausschließlich über das Thema Klima. Tja, und in diesem Großteil der Sendung hat sich einfach der AfD-Mann Contré komplett blamiert. Das muss man einfach so deutlich sagen, wie es ist. Er wurde von den anderen Teilnehmern in der Sendung komplett vorgeführt und zerlegt. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Contré bezog Stellung zu den ihm gestellten Fragen und erklärte natürlich immer seine Meinung. Aber immer wenn es dann um harte Fakten, um Zahlen, Referenzen und Quellen ging, konnte er kaum etwas benennen. Und wenn er dann doch Quellen genannt hat, dann wurde er direkt durch einen Live-Faktencheck von Markus Lanz widerlegt. Also Contré war nicht gut vorbereitet, das hat er später auch selber zugegeben. Contré wurde in dieser Sendung also komplett lächerlich gemacht. Aber meine lieben Zuschauer, genau das war nämlich auch so gewollt. Wenn man nämlich mal auf Wikipedia schaut, dann kann man sehen, dass der AfD-Politiker Contré ausgebildeter Elektromonteur, studierter Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater ist. Also, Steffen Contré ist kein ausgebildeter Klimaforscher oder Klimaexperte. Der Klimasprecher der AfD ist nämlich der Chemiker reiner Kraft. Warum wurde der denn nicht zu diesem Klimagespräch eingeladen? Tja, und das, meine lieben Zuschauer, ist einfach der springende Punkt. Der AfD-Politiker Steffen Contré wurde unter falschen Tatsachen zu Markus Lanz ins Fernsehen eingeladen. Kurz vorher wurde dann einfach das Thema gewechselt und dann wurde ihm ein Experte mit 30 Jahren Berufserfahrung als Gegenspieler vor die Nase gesetzt. Und dann ist doch vollkommen klar, dass das komplett in die Hose geht. Und das Ganze war einfach vom ZDF ja inszeniert, um die AfD maximal zu blamieren und bloßzustellen. Und das Krasse ist, die Sendung an sich, die verlief zwar gewünscht, wie das ZDF es wollte und Contré wurde komplett zerrissen, aber im Nachgang ging der Schuss komplett nach hinten los. Es kam nämlich heraus, dass der Klimaexperte Professor Latif selber eine komplette Pfeife ist und bei Lanz extrem viel gelogen hat. Schau dir mal folgenden Ausschnitt an. Bei uns dagegen wird es im Winter eiskalt werden. 20 Jahre lang. Schuld daran die nordatlantische Oszillation. Die nordatlantische Oszillation hat sich in den letzten Jahren umgestellt und wir sind jetzt in einer Phase relativ schwacher nordatlantische Oszillation. Und wir erwarten ähnlich wie in den 60er Jahren relativ kalte Winter in der Zukunft. Und das führt einfach zu einer globalen Erwärmung. Das wissen wir übrigens nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Das wissen wir seit weit über 100 Jahren. Das ist Stand der Wissenschaft. Genau, das ist Stand der Wissenschaft. Insofern kann sich niemand mehr hinstellen und sagen, wir hätten es nicht gewusst, sondern wir wussten, dass es genauso kommt und genauso ist es jetzt gekommen. Ja, und das waren aber 20 nicht ganz so kalte Winter, oder? Wenn ich mal so überlege, jedenfalls die letzten zehn Jahre. Genau, also sie ist schwächer geworden, das stimmte schon. Wir sind von einer Hochphase in Richtung normale Verhältnisse gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die nächsten zehn Jahre sind. Also ich würde die Vorhersage nur noch nicht ganz abschreiben. Und in der Wissenschaft oder in der Klimaforschung, da arbeitet man ja auch immer so ein bisschen mit Ungenauigkeiten. Also wie gesagt, mal abwarten und in zehn Jahren sprechen wir uns mal wieder. Die Simulation von vor 30 Jahren mit dem, was passiert ist. Und das passt wie die Faust, das sagen sie so, es passt wie die Faust auf Auge. Nochmal, deswegen wurde ja der Physik-Nobelpreis an Hasselmann und Manabi verliehen, weil genau es passt. Also als ich das gesehen habe, da bin ich echt vom Stuhl gefallen. 1997, also vor 26 Jahren, behauptet Professor Latif, dass wir wegen der schwachen nordatlantischen Oszillation in Zukunft kalte Winter haben werden. Und 2008 war er dann wieder im NDR Fernsehen eingeladen und wurde sogar mit seiner Falschprognose konfrontiert. Wir hatten nämlich keine kalten Winter, sondern es wurde wärmer. Tja, und als Ausrede für seine komplett falsche Prognose sagt er, dass man ja bei der Klimaforschung mit ein bisschen Ungenauigkeit arbeitet. Bitte was? Professor Latif prognostizierte kalte Winter für die Zukunft und es passiert genau das Gegenteil. Es wurde wärmer. Und er redet dann von Ungenauigkeiten. Das ist keine Ungenauigkeit, das ist genau das Gegenteil von dem, was er hervorgesagt hat. Also offenbar hat dieser Typ selber keine Ahnung, welchen Stuss dort er redet und welche Prognosen er tätigt. Und meine lieben Zuschauer, dann setzt er sich bei Markus Lanz in die Sendung hin und lügt dort auch noch allen fett ins Gesicht. Er sagt, seine Prognose von vor 30 Jahren waren richtig, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Nein, sie passen eben nicht. Die ist genau das Gegenteil eingetreten, die Prognosen waren falsch. Also, Professor Latif stellt nicht nur komplett falsche Prognosen auf, sondern er lügt im Fernsehen auch noch wie gedruckt. Und solchen Klimapolitikern sollen wir dann glauben, oder was? Naja, also Markus Lanz und die Journalistin Amann tun das offenbar und behaupten dann auch noch, dass 99,7% ebenfalls solchen Klimaexperten glauben. Und das ist einfach kompletter Unsinn. Und wisst ihr, was das Geile ist? Markus Lanz hatte ja in seiner Show einen Live-Faktencheck zu den Aussagen vom AfD-Politiker Contré gemacht. Während der Sendung hat nämlich die CDF-Redaktion im Hintergrund live die Aussagen vom Politiker Contré geprüft und dann widerlegt. Das Ganze wurde Lanz dann zugespielt und dass Lanz dann die Sachen im TV direkt sagen konnte, um den AfD-Mann direkt zu blamieren. Aber als der Klimaexperte Latif seine Lügen verbreitet, da macht Markus Lanz komischerweise keinen Live-Faktencheck. Tja, und warum? Naja, weil das Klimanarrativ von Lanz und ZDF damit natürlich ins Wanken geraten würde. Und das darf natürlich nicht sein. Und das, meine lieben Zuschauer, ist nämlich die Art und Weise, wie das ZDF arbeitet. Als erstes versuchen sie, die AfD zu ignorieren und sie laden sie eine ganze lange Zeit nicht in die TV-Sendung ein, sondern nur die ganzen anderen Politiker. Als denn aber die AfD plötzlich bei 80% in den Umfragewerten steht und das so langsam gefährlich wird, lädt man sie doch ein, weil man sie lächerlich machen will, um dann wieder denen ihre Stimmen runterzuschrauben. Man inszeniert dann also eine TV-Show mit einem falschen Thema und zerlegt dann in gemeinsamer Anstrenge den AfD-Politiker in Sendung und hofft, ihn so lächerlich gemacht zu haben, dass ihn keiner wählt. Tja, allerdings gelingt das nur mit einem falschen Klimaexperten, der völlig falsche Prognosen abgibt und in der Show auch noch lügt ohne Ende. Tja, und auch noch mit diesen Live-Faktenchecks, aber natürlich nur für die Gegenseitung. Also, das CDF wollte in dieser Sendung die AfD komplett vorführen und deren Anstieg in die Umfragewerten stoppen. Aber der Schuss geht komplett nach hinten los. Deren Inszenierung und deren kompletten Lügen sind jetzt aufgeflogen und jetzt passiert genau das Gegenteil. Die Zuschauer sind doch nicht doof, weil jetzt werden die AfD noch mehr Stimmung bekommen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist einfach genau der springende Punkt, auch gerade beim Klima. Das Thema Klima ist so unglaublich komplex und es gibt einfach verschiedene Expertenmeinungen. Tja, aber die Politiker und die Mainstream-Medien, die wollen uns einfach eine Sicht der Dinge aufdringen und sagen, dass 99,7% aller Experten und Menschen genauso denken. Aber nein, das ist eben nicht so. Diese sogenannten Experten reden zum Teil selber total in Unsinn und Lügen wie gedruckt, wie Professor Latif hier eindeutig bewiesen hat. Und wir sollen unser komplettes Leben umstellen auf Basis der Prognose von solchen Experten, die nachweislich in der Vergangenheit falsch gelegen hat. Nein, wir wollen das nicht. Und die Menschen merken hier einfach, dass etwas grundlegend falsch läuft und dass sie von vorne bis hinten verarscht werden. Und genau deswegen sinkt auch der Rückhalt bei den Medien und bei den Altparteien. Und deswegen wird die AfD immer stärker und ist auf dem Weg, stärkste Partei in Deutschland zu werden.